Die deutsche Wirtschaft liegt komplett am Boden und alle Wirtschaftsinstitute korrigieren ihre Prognosen erneut nach unten. Nur Wirtschaftsminister Habeck leidet unter kompletten Realitätsverlust und redet die Lage schön. Und wie immer sind natürlich alle anderen schuld. Seine neueste Pressemitteilung ist ein riesiges Debakel und zeigt die völlige Inkompetenz von Habeck in Sachen Wirtschaft. Alle Infos in diesem Video, los geht's! Dass Robert Habeck nur sehr wenig Ahnung von Wirtschaft hat, das hat er bereits mehrmals vor laufender Kamera bewiesen. Wir alle erinnern uns noch an Habecks Meisterleistung, wo er nicht mal wusste, was eine Insolvenz ist. Und einige Medien versuchten das damals im Nachgang schön zu reden, aber auch das hat nicht geholfen. Habeck ist als Wirtschaftsminister eindeutig eine Null und beweist es erneut mit seiner aktuellen Pressemitteilung. Gehen wir da mal drei wichtige Punkte durch und direkt in der Überschrift geht es schon los. Dort steht nämlich, Habeck stellt Herbstprojektionen der Bundesregierung vor, wir kommen in einem schwierigen geopolitischen Umfeld langsamer aus der Krise heraus als gedacht. Für das kommende Jahr rechnen wir wieder mit einem Wachstum. Also, wie ich diesen Satz unserer Politiker liebe. Sie sagen immer, ja, gerade ist es etwas schwierig, aber nächstes Jahr wird alles wieder gut, versprochen. Ich meine, erinnert ihr euch noch an das Corona-Jahr 2021? Dort haben die Politiker auch gesagt, ja, gerade ist alles schwierig, aber jetzt haben wir die Impfung und nächstes Jahr wird alles besser. Nichts wurde besser. 2022 hat dann nämlich der Ukraine-Krieg begonnen und dann sagte man, ja, gerade ist jetzt alles ein bisschen schwierig, aber nächstes Jahr wird wieder alles besser. Und auch das wurde gelogen. 2023 hatten wir trotzdem noch die massiven Auswirkungen der Energiekrise und der Flüchtlingskrise. Und jetzt, 2023, stellt sich Habeck wieder hin und sagt, ja, wir kommen aus einem schwierigen geopolitischen Umfeld, aber nächstes Jahr wird alles besser. Und soll ich euch noch was sagen? Nichts wird besser. Gerade hat der Israel-Krieg angefangen und das wird selbst laut Israel mehrere Monate und Jahre dauern. Und da wir wieder massiv Geld reinbuttern und alle Feinde sanktionieren, wird eben nichts besser. Zumal bereits jetzt wegen dem Israel-Krieg bereits die Energiepreise wieder mächtig ansteigen. Bloomberg schrieb bereits gestern, Israel-Hamas war threatens energy prices, adding to inflation risks. Und zu Deutsch heißt das, der Krieg zwischen Israel und Hamas bedroht die Energiepreise und erhöht das Inflationsrisiko. Und weiter schreiben sie, der sich anbahnende Krieg zwischen Israel und der Hamas birgt die Gefahr, dass der regelmäßige Ölfluss aus der Region unterbrochen wird, was die Volatilität auf den globalen Energiemärkten anheizt. Also, Preise gehen hoch. Angesichts der Ungewissheit, ob sich der Konflikt auf andere Länder ausweiten wird und ob zusätzliche Sanktionen gegen Iran fangen können, sagt ein Händler, dass der Ölpreis sogar 100 Dollar pro Barrel erreichen wird. Also, wenn Habeck jetzt erneut sagt, dass nächstes Jahr alles besser wird, dann lügt er uns einfach dreist ins Gesicht. Seit 2008 befinden wir uns im Dauerkrisenmodus und unsere Bundesregierung mischt sich wirklich in jeden Mist mit eins. Gerade in den letzten drei Jahren hat ja unsere Bundesregierung mit Lockdown, Ukraine, Krieg und Migration wirklich alles getan, um Deutschlands Wirtschaft und Gesellschaft maximal zu belasten. Unsere Regierung redet immer davon, dass sie die Bürger entlasten wird, macht aber genau das Gegenteil. Okay, kommen wir mal zurück zu unserer Wirtschaftskoryphäe Robert Hagig. Er sagt dann nämlich weiter, wir sehen momentan konjunkturelle Schwierigkeiten ausgelöst durch die Nachwehen der Energiepreiskriege, die notwendige Inflationsbekämpfung der EZB und das Schwächeln wichtiger globaler Wirtschaftspartner. Also, das ist so geil. Schuld an unserer Krise sind wie immer alle anderen, nur man selber nicht. Die konjunkturellen Schwierigkeiten sind ausgelöst durch das Schwächeln wichtiger globaler Wirtschaftspartner. Das ist wirklich Realitätsverweigerung auf höchstem Niveau. Also, wenn es um den Realitätsverlust von Habe geht, dann spielt der wirklich in der ersten Bundesliga. Ne Quatsch, der spielt sogar in der Champions League. Schauen wir uns nochmal an, was der Spiegel dazu schrieb. Sie schrieben, Deutschland fällt noch tiefer in die Rezession. Der Internationale Währungsfonds geht von einer weltweit anhaltend schwächenden Konjunktur aus. Laut Prognose schrumpft Deutschland jedoch als einzige bedeutende Volkswirtschaft und zwar stärker als bislang erwartet. Und das ist jetzt übrigens bereits die dritte Prognose, Korrektur der Prognose nach unten. Und hier in der Grafik siehst du nochmal die EWF-Prognose. Deutschland ist Konjunkturschlusslicht. Alle Länder sind im positiven Bereich, nur Deutschland steht mit einem Minus da. Wir sind also das Land, was deutlich abschmiert. Und laut Habeck ist der Grund für die Schwierigkeiten, das Schwächeln anderer Wirtschaftspartner. Hallo? Deutschland ist das Land, was am meisten schwächelt. Wir sind es. Aufgrund der katastrophalen Arbeit unserer Bundesregierung. Wenn hier also jemand den anderen runterzieht, dann sind wir das und nicht andersrum. Ich habe keine Ahnung, wie Habeck das so katastrophal falsch einschätzen kann. Ich meine, hat er etwa die Tabelle vom IWF genommen, wo wir ganz unten stehen, die einmal um 180 Grad gedreht und dann gesagt, ist doch alles gut, die anderen sind schuld? Also ich weiß wirklich nicht, wie Habeck die Realität so verweigern kann. Aber jetzt kommen wir zu meinem Lieblingspunkt aus der Pressemitteilung. Habeck sagt folgendes. Auch gibt es geopolitische Konfliktherde, die die Unsicherheit erhöhen. Wir kommen daher langsamer aus der Krise heraus als gedacht. Für das kommende Jahr rechnen wir aber wieder mit einem Wachstum. Also Habeck erkennt ganz deutlich, dass die geopolitischen Konfliktherde ein großer Grund für unsere wirtschaftlichen Probleme sind. Und dabei spricht er natürlich hauptsächlich vom Ukraine-Krieg, welcher zu den deutschen Sanktionen führte und damit zur Energiekrise. Und diese Aussage macht mich gleich aus drei verschiedenen Aspekten extrem fassungslos. Erster Aspekt. Ja, unter anderem der Krieg und die Sanktionen führten zu unserer jetzigen schwierigen Energiekrise. Aber niemand, wirklich niemand hat uns zu diesen Sanktionen gezwungen. Unsere Regierung hat diese Sanktionen gegen den Willen des Volkes eingeführt und belastet damit massiv unser Land. Und daher könnte die Regierung diese Sanktionen sofort wieder aufheben und alles würde deutlich besser laufen. Erst letzte Woche hatte Putin wieder Gas durch Nord Stream 2 angeboten. Aber unsere Bundesregierung weigert sich beharrlich. Zweiter Aspekt. Damals sagte unsere Bundesregierung, dass der Krieg und die Sanktionen sehr schnell vorbei sind. Die Sanktionen zwingen Russland in die Knie und ab 2023 können wir dann wieder ins normale Leben zurück. Nichts da. Mit diesen ganzen Waffenlieferungen und den Geldtransfers wird der Krieg massiv verlängert und damit auch die Probleme unserer Wirtschaft. Würde sich der komplette Westen aus diesem Krieg heraushalten, wäre der Krieg schon 2022 zu Ende gewesen und würde nicht wie jetzt auf unbestimmte Zeit weiterlaufen. Und der dritte Aspekt und jetzt wird es richtig krass. Habeck erkennt selber an, dass die geopolitischen Konfliktherde unserem Land schaden. Und jetzt gerade eskaliert der nächste geopolitische Konfliktherde in Israel. Dieser Konflikt wird laut Israel mindestens ein Jahr dauern und Habeck sagt allen Ernstes, dass wir im kommenden Jahr wieder Wachstum haben? In welchem Paralleluniversum lebt dieser Typ? Unsere ganze Bundesregierung schenkt Israel uneingeschränkte Solidität. Sie sagen, die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das heißt also, unsere Regierung wird sich für Israel noch stärker einsetzen als für die Ukraine. Wir werden also für Israel noch mehr opfern als für die Ukraine. Und Habeck sagt trotzdem, nächstes Jahr wird alles wieder gut? Also erklärt es mir, ich verstehe es nicht. Wie kann man denn allen Ernstes zuerst sagen, dass geopolitische Konfliktherde ein Grund für unsere jetzigen Probleme sind, sich aber dann Vollgas direkt in den nächsten geopolitischen Konfliktherde einstürzen und dann gleichzeitig sagen, alles wird besser. Das ist doch unglaublich und passt auf keine Kuhhaut. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber jetzt zum Abschluss möchte ich euch nochmal ein richtiges Highlight geben von Habeck gestern bei Maischberger, was wirklich richtig demonstriert, welche Realitätsverweigerung Habeck macht. Schauen wir mal folgenden Ausschnitt an. Mit diesem sogenannten Umweltbonus, ob Sie sich ein E-Mobil für 100.000 Euro kaufen und selber 200.000 Euro im Jahr verdienen oder ganz kleines Auto und für 30.000 Euro, wenn es sowas gibt und ganz wenig verdienen. Sie kriegen die gleiche Förderung. Ist das gerecht? Ist es nicht. Nein. Bitte was? Die einkommensschwachen Menschen in Deutschland sollen sich mal eben ein Auto für 30.000 Euro kaufen? Also da mal meine Frage an euch. Wie viele einkommensschwache Menschen in Deutschland kennt ihr denn, die mal eben 30.000 Euro rumliegen haben? Also ich kenne keinen einzigen, obwohl ich ja viele einkommensschwache Menschen in Deutschland kenne. Und deswegen, Habeck leidet einfach unter kompletten Realitätsverlust und ist als Wirtschaftsminister unhaltbar. In jedem TV-Interview beweist er das aufs Neue. Und deswegen, bitte wechselt Habeck und die ganze Bundesregierung sofort aus. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann wird der Spiegel demnächst schreiben, dass wir die Prognosen für Deutschland noch ein viertes Mal nach unten korrigieren müssen, weil es noch schlechter läuft als jetzt angenommen.